Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Online-Predigt, heute am Sonntag, Trinitatis. Die vergangene Woche war geprägt von den Nachrichten aus Amerika. Wer so ein bisschen die Sache verfolgt hat, der konnte ja sehen, was da gerade für gewaltige innenpolitische Spannungen auch in dem Land herrschen. Die unselige Geschichte der Unterdrückung der Schwarzen, das ist eine Krankheit, die nie richtig geheilt wurde. Am 25. Mai starb George Floyd durch Polizeigewalt und sein Tod löste schwere Unruhen und Proteste aus. Jeder kann gerade mit eigenen Augen sehen, dass die Vereinigten Staaten ein zutiefst gespaltenes Land sind. Das hässliche Gesicht dieses allgegenwärtigen Rassismus wird gerade dort jetzt besonders sichtbar. Aber wir sollten nicht so tun, als ginge uns das alles nichts an, denn auch bei uns gibt es Rassismus mehr als den meisten bewusst ist. Warum beginne ich meine Predigt heute mit so einer düsteren Perspektive? Es ist ja Sonntag, Trinitatis, also der Tag, an dem wir in besonderer Weise das Geheimnis der Dreieinigkeit feiern, von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Um mal gleich auf den Punkt zu kommen, es geht heute um unser Gottesbild. Wie denken wir über Gott? An was für einen Gott glauben wir denn eigentlich? Und die Frage ist deshalb so wichtig, weil sie Auswirkungen hat auf die Art und Weise, wie wir unseren Glauben leben. Und das hat was damit zu tun, mit dieser Trennung, die unter uns aufgerichtet wird. Gerade jetzt hier im Rassismus wird das so deutlich sichtbar. Ein wichtiger Unterschied zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Deutschland ist, dass dort evangelikale Christen ein viel größeres politisches Gewicht haben. Es ist sehr schwer, aus einer deutschen Perspektive nachzuvollziehen. Wir kennen das so nicht und bei uns streben auch die meisten Evangelikalen nicht so sehr nach politischem Einfluss. Aber dort sind die republikanischen Präsidentschaftskandidaten regelrecht abhängig von dieser einflussreichen Bevölkerungsgruppe. Und das ist wohl der Grund, warum Donald Trump sich inmitten der Proteste und Demonstrationen mit Tränengas und Gummigeschossen den Weg zu einer Kirche hat freiräumen lassen, um sich mit einer Bibel in der Hand fotografieren zu lassen. Er will nicht nur Stärke zeigen, sondern auch seine wichtigste Wählergruppe hinter sich bringen. So, auf dem Foto steht Trump vor dem Hinweisschild der St. John's Church. Und auf diesem Schild steht, groteskerweise, der Satz All are welcome. Alle sind willkommen. Ich möchte jetzt gar nicht weiter auf Donald Trump eingehen, aber ich kann mir vorstellen, dass Sie das auch spüren, wie sehr dieser Satz sich beißt mit der Art und Weise, wie das Foto zustande gekommen ist. So, lasst uns heute mal anknüpfen an diesen Satz. All are welcome. Alle sind willkommen. Warum ist das gerade heute am Dreieinigkeitssonntag so ein wichtiges Thema? Nun, Dreieinigkeit ist ja nun nicht nur irgendeine Idee, sondern damit bringen wir unser entscheidendes Gottesbild auf den Punkt. Gott ist für uns kein abstraktes Wesen weit weg, sondern er ist Vater und Schöpfer. Er ist Schöpfer aller Menschen. Und er ist der menschgewordene Sohn und Retter. Der Retter aller Menschen. Oder er ist der Heilige Geist, in dem alle Menschen leben und leben und weben, wie Paulus das sagt. Er ist keinem Menschen fern. So, wir als Gemeinde, wir stehen dafür, diese Realität allen Menschen weiterzugeben. Wir wollen alle Menschen mit dieser guten Nachricht erreichen. Und das ist der Grund für Evangelisation und Mission. Also das Weitergeben der guten Nachricht und dass wir von Gott ausgesandt sind zu allen Menschen. Das ist der Grund, warum wir Gottesdienste feiern, Kindergottesdienste, Grillfeste, Freizeiten veranstalten, Krabbelgruppe, Seniorennachmittage und uns gemeinsam in der Flüchtlingsarbeit engagieren. Das ist der Grund, warum wir verbunden sind mit allen Christen auf der ganzen Welt, mit Missionaren, mit diakonischen Werken. Wir wollen diese gute Nachricht in Wort und Tat weitergeben. Wir wollen sie sagen und vorleben. All are welcome. Alle sind willkommen. Mit seinem ganzen Wesen drückt Gott das aus. Das Wesen Gottes ist nicht einer, sondern drei in eins. Er ist in sich selbst eine liebevolle Gemeinschaft. Das ist das Geheimnis von Dreieinigkeit, dass Gott in sich Gemeinschaft ist. Und er hat die ganze Schöpfung daraufhin angelegt, mit ihm Gemeinschaft zu haben, an dieser Gemeinschaft Gottes teilzunehmen. So, wie sieht das eigentlich praktisch aus? Bei uns sind alle willkommen. Oder gibt es im Zuge dieses Willkommens irgendwelche unsichtbaren Regeln und Gesetze, an denen wir doch so nicht einfach vorbeikommen? Fühlst du dich zugehörig? Vielleicht ist es gut, wenn wir nochmal eine andere Frage stellen. Wenn alle willkommen sind, gehören dann auch alle dazu? Nochmal, wenn alle willkommen sind, gehören dann auch alle dazu. Diese Unterscheidung, die kann uns die Augen öffnen für die unsichtbaren Grenzen, die wir doch oft ziehen. Manchmal sogar ohne, dass wir es merken und manchmal sogar ohne, dass wir es wollen. Ich erlebe es leider immer wieder mal, dass Christen sogar nach langen Jahren in einer Gemeinde auf einmal so den Satz sagen, naja, irgendwie fühle ich mich nicht so richtig dazugehörig. Also Willkommensein und Zugehörigkeit, die scheinen nicht immer das Gleiche zu sein. In der Christenheit gibt es zwei grundlegend unterschiedliche Muster. Und diese Unterschiede haben zutiefst mit unserem Gottesbild zu tun. Und sie haben eine krasse Auswirkung darauf, wie unsere Gemeinde funktioniert. Was ist denn der Unterschied zwischen Willkommensein und richtig dazugehören? Das kann man eigentlich in jeder Gruppe spüren, diesen Unterschied. Nur mal ein Beispiel, wenn man zu einer Hochzeit eingeladen ist, dann ist man als Gast hoffentlich willkommen. Würde man jetzt mal davon ausgehen, fast selbstverständlich. Das heißt aber noch lange nicht, dass man zur Familie dazu gehört. Es heißt noch nicht einmal, dass man zum engsten Freundeskreis des Brautpaares gehört. In einem Sportverein, da kann man auch durchaus willkommen sein. Die sehen einen gerne, aber dazugehören wird man erst, wenn man einen Aufnahmeantrag ausfüllt. Wie ist das denn jetzt in einer christlichen Gemeinde? All are welcome, alle sind willkommen. Diese Botschaft beanspruchen doch eigentlich fast alle christlichen Gemeinden. Ich wüsste jetzt keine Gemeinde, die sagt, nö, einige sind bei uns nicht willkommen. Aber dazugehören. Oft ist echte Zugehörigkeit mit einer Aufnahme in die Mitgliedschaft verbunden. Wir haben ja zum Beispiel bei uns auch so eine Mitgliedschaft. Aber es gibt auch andere Grenzen der Zugehörigkeit. Und viele Gemeinden funktionieren darum nach einem Schema. Und das könnte man wie folgt erklären. Zuerst mal musst du mit unseren Glaubensüberzeugungen übereinstimmen. Zweitens, du musst dich entsprechend verhalten. Und drittens, ja und dann gehörst du auch irgendwann wirklich dazu. Also viele christliche Gemeinden haben ein recht herzliches Miteinander und oft verstehen sie sich so wie eine große Familie. Aber dieses Schema von Zugehörigkeit, dieses Schema hat mit Familie eigentlich nicht so viel zu tun. Wie sieht es bei einer Familie aus? Das ist ein bisschen anders. Bei einer Familie steht an erster Stelle die Zugehörigkeit. Man ist in die Familie hineingeboren. Man gehört dazu. Punkt. Kann man gar nichts dran ändern. Das Zweite, an zweiter Stelle steht dann die Art und Weise, wie man in der Familie miteinander umgeht. Also so das Verhalten. Und erst an dritter Stelle entwickelt sich vielleicht in der Familie dann sowas wie eine gemeinsame Überzeugung. Vielleicht so ein Familienkodex oder so. Ich denke, es wäre schon wichtig, die Frage zu klären, ob Gemeinde eher so funktioniert wie Familie oder eher so wie ein Sportverein. Ach, wann gehört man denn wirklich dazu? Und wie denken wir selber darüber? Fühlen wir uns zugehörig? Wie behandeln wir denn andere? All das hat zutiefst mit unserem Gottesbild zu tun. Die Frage, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Es hat zutiefst damit zu tun, ob wir uns von Gott angenommen wissen und ob wir uns bei ihm wirklich zugehörig fühlen. Es gibt ein schädliches Gottesbild, ein Gott, zu dem ich erst dann kommen darf, wenn ich mich vorher von allen bösen Dingen gereinigt habe. Ein Gott, der mich nur mit Bedingungen annimmt, wo ich vorher unterschreiben muss, wo ich mich vorher an die Regeln halten muss. Ein Gott mit bedingungsloser Liebe, die ich aber nur dann erfahren darf, wenn ich mich an bestimmte Bedingungen halte. Das ist eigentlich paradox. Und vielleicht ist das der eigentliche Grund, warum wir manchmal so große Probleme damit haben, uns selbst ganz zu akzeptieren. Fühlst du dich zugehörig oder mal anders gefragt, gehörst du eigentlich zu dir selbst? Denn die größten Probleme haben wir oft gar nicht mit anderen Menschen, sondern mit uns selbst. Akzeptierst du dich eigentlich? Auch die Teile von dir, die du als fehlerhaft oder böse oder sündig erkennst. Und hier liegt der Hase im Pfeffer. Und jeder Mensch hat diese Anteile, die uns nicht gefallen. Anteile, die uns Angst machen, für die wir uns schämen oder für die wir uns sogar schuldig fühlen. So wie wir dann denken, wie Gott mit uns umgeht, so gehen wir auch mit uns selber um. Und so wie wir mit uns selber umgehen, so gehen wir dann auch mit anderen um. Und wie wir mit anderen umgehen, das prägt das Klima in unserer Gemeinde. Jetzt kommt etwas sehr Wichtiges. Und wenn diese Predigt heute für Sie und für euch tatsächlich was verändern soll, dann ist das vielleicht jetzt der wichtigste Punkt von allen. Jeder von uns hat Anteile, von denen wir eigentlich wollen, dass sie nicht dazugehören. Nochmal, wir alle haben Bereiche in unserem Leben mit unserem Charakter, unserem Denken, Fühlen, Handeln, die wir nicht akzeptieren. Wir wollen nicht, dass sie zu uns gehören. Ich meine jetzt nicht nur die Speckrolle um die Hüften. Nein, es gibt natürlich grundlegende Anteile unserer Persönlichkeit, mit denen wir nicht grün sind. Es sind Bereiche, die wir ablehnen und denen wir die Zugehörigkeit verweigern. Sie sind uns alles andere als willkommen. Die Wahrheit ist aber, sie gehören doch dazu, auch wenn wir es nicht wollen. Also wie gehen wir denn damit um? Wir neigen dazu, alle guten, alle schönen Dinge in unserem Leben besonders so ins Licht zu heben, ins Licht zu stellen. Und alle unerwünschten Dinge verdrängen wir aus dem Scheinwerferlicht raus, weg in den Schatten, möglichst außer Sichtweite. Wir errichten in uns selber eine Grenze. Wir tun so, als würden diese Teile nicht dazugehören. Das Problem ist aber, dass diese unerwünschten Teile nicht stillhalten. Die bleiben nicht einfach schön weg. Wenn wir sie ignorieren, wenn wir sie im Schatten lassen, dann wachsen sie dort. Und zwar ganz hervorragend. Sie werden vielleicht zu so kleinen Monstern, kleinen Quälgeistern. Und manchmal werden sie auch zu unheimlichen Drachen. Dabei liegt in den problematischen Bereichen unserer Persönlichkeit auch oft der Weg zu innerer Heilung und zum Frieden. Gerade in den Teilen, die wir an uns selber ablehnen, da liegt so etwas wie ein Schatz vergraben, den wir finden müssen. Aber wie das so ist mit verborgenen Schätzen und mit Drachen. Der Drache bewacht den Schatz und wir trauen uns da nicht so richtig hin. Wir wollen damit ja nichts zu tun haben. Wir kennen das aus den Märchen und aus den Mythen, wie das ist, wenn so ein Drache einen Schatz bewacht. Da braucht es am Ende viel Mut. Aber es winkt eine große Belohnung. Bleiben wir doch mal kurz bei diesem Gedanken. Märchen zeigen den Drachen oft so als das große, böse Monster. Das muss erschlagen werden und besiegt werden. Naja, kann man machen. Manche biblischen Aussagen, die scheinen hier natürlich auch wunderbar zu passen. In Offenbarung zum Beispiel wird der Teufel als ein großer Drache beschrieben. Hier geht es aber nicht um die Dinge, die uns von außen bedrohen, sondern es geht ja um unsere eigene Persönlichkeit. Also es gibt da schon Unterschiede. Und ich glaube, es wäre ein trauriger Fehler, diese Teile von uns selbst quasi abzulehnen und so zu tun, als gehörten sie nicht zu uns. Denn erst dann, wenn wir sie ablehnen, wenn wir sie in den Schatten verbannen, erst dort werden sie zu Monstern. Und erst dort werden sie zu den Drachen, die uns scheinbar von außen bedrohen. Aber sie kommen nicht von außen. Die wohnen in uns selber. So, wenn wir das nicht wahrhaben wollen, und viele wollen das nicht wahrhaben, dann suchen wir die Probleme außerhalb von uns selbst. Und wie es dann oft ist, ich projiziere meine Probleme auf andere und meine bösen Erinnerungen und Erlebnisse und meine Ängste, meine Sorgen, was ich bereue, was ich befürchte, meine unbefriedigten Wünsche und Erwartungen, meine Schuld, meine Scham. All das verdränge ich nach außen und suche es außerhalb von mir. Und dann kann ich es wunderbar kontrollieren, indem ich die Probleme anderen in die Schuhe schiebe. Dann sind es die anderen, die daran schuld sind. Die da draußen, die da oben, die böse Weltverschwörung, Politiker, Ausländer, andere Religionen, andere Völker, die Männer, die Frauen, die Schwarzen, die Gelben, die Grünen. Ich kann mir ganz bequem viele Schubladen anlegen, in die ich meine Probleme einsortiere. Und dann sind sie scheinbar weg. Nichts anderes meinte Jesus, als er sagte, wir sehen so oft den Splitter im Auge des Bruders und den Balken im eigenen Auge, den können wir gar nicht wahrnehmen. Wenn wir unsere Schatten abspalten, dann halten wir uns selber für ganz rein, für ganz hell. Aber wir brauchen dann auch irgendetwas da draußen, das an unserem Problem schuld sein muss. Dann brauchen wir den Sündenbock. Und auf diesem Boden gedeiht dann auch leider der Rassismus. Es ist ein Denken, das die Welt aufspaltet in die Guten und die Bösen, in die Wertvollen und die Minderwertigen, in die Richtigen und die Falschen, in wir hier und die da. Aber die Wahrheit ist, es gehört alles zusammen. Meine Probleme bleiben meine Probleme und sie gehören zu mir. Und wenn ich den Drachen da draußen erschlagen will, dann kämpfe ich in Wahrheit oft nur gegen mich selbst. Paulus hat diesen geistlichen Mechanismus meisterlich und erschreckend nüchtern im Römerbrief beschrieben. Römer 7, ich lese mal einige Verse von Vers 21. Es sagt Paulus folgendes. Also es ist interessant, wie oft Paulus hier das Wort Gesetz. Man könnte an dieser Stelle auch vielleicht den Begriff Prinzip verwenden, also das Prinzip Gottes, das Prinzip in meinen Gliedern, das Prinzip der Vernunft, das Prinzip der Sünde. Auch das Wort Sünde wirkt auf viele heute ein bisschen unscharf. Dabei zeigt uns die Bibel sehr deutlich, Sünde ist ja nichts anderes als Trennung. Trennung ist das Gegenteil von Zubehörigkeit. Also wie zerstörerisch das ist, wenn Menschen solche Trennungen aufrichten. Das kann man jeden Tag sehen. Wir wollen unseren Schatten von uns selbst trennen und wir merken gar nicht, dass wir damit nur unsere Trennung von Gott verschlimmern. Und dass wir uns auch von anderen Menschen distanzieren und trennen, weil wir unsere eigenen Probleme auf andere projizieren. Und diese Trennung, dieses Nicht-Dazugehören, das sorgt für unsägliches Leid, persönliches Leid und gesellschaftliches Leid. Wir sehen das überall dort, wo Menschen Opfer von Ausgrenzung sind. Zum Beispiel, die sich in einer Gemeinde nicht zugehörig fühlen, weil sie von anderen ausgegrenzt wurden. Die Schwarzen, die von den Weißen immer noch nicht als gleichwertiger Teil der Gesellschaft betrachtet werden. Aber auch so viele andere Gruppen von Menschen, die nicht ganz ins Schema passen. Menschen, denen bewusst oder auch unbewusst das Gefühl vermittelt wurde, wir nehmen dich eben nicht so an, wie du bist. Jedenfalls nicht so alles von dir. Wir nehmen dich nur mit einer Bedingung an, mit Kleingedrucktem. Wenn wir eine Gemeinde Jesu Christi sein wollen, eine Gemeinde des dreieinigen Gottes, dann müssen wir eine Gemeinde der Annahme sein. Aber wir Christen, wir haben es geschafft, immer wieder eine Religion der Unterscheidung und Ausgrenzung zu konstruieren. Wir haben die Bibel als Waffe benutzt und unsere Kirchen als Kasernen. Mit dem Namen Gottes auf unseren Lippen wurden ganze Völker ausradiert, Kriege geführt, Menschen verbrannt. Wenn wir mal ganz vorsichtig in unser eigenes Leben reinschauen, was wir selbst mit dem Namen Gottes auf unseren Lippen gesagt und getan haben, dann wird mir Angst und Bange. Woran liegt das? Die Antwort könnte uns schockieren. Brian McLaren schreibt in seinem Buch The Great Spiritual Migration, dass besonders das Christentum, das in Europa und in den USA gewachsen ist, diese Sorte Christentum, hat die Probleme der Vergangenheit massiv unterschätzt. Der Grund dafür ist ein Gottesbild, das uns Gott als einen gewaltbereiten und gewalttätigen Gott vor Augen malte. Der Grund dafür ist ein Umgang mit der Heiligen Schrift, der sich immer dergleichen einzelnen Bibelstellen bedient, um die eigene Position zu verfestigen und eine Trennung aufzurichten zwischen denen und uns. Es wäre zu billig, jetzt auf die Probleme in der großen, weiten Welt zu schauen und zu ignorieren, wo unsere eigenen Drachen lauern, in den Schattenseiten unserer eigenen Seele, von denen wir dachten, dass sie gar nicht zu uns gehören, aber sie gehören dazu. Ziehen wir mal ein paar Schlussfolgerungen. Bevor du alle Menschen annehmen und lieben kannst, musst du erst mal lernen, die Menschen um dich herum anzunehmen und zu lieben. Bevor du die Menschen um dich herum annehmen und lieben kannst, musst du auch lernen, dich selbst anzunehmen und zu lieben. Und bevor du dich selbst annehmen und lieben kannst, musst du wissen, dass deine Schattenseiten angenommen sind von Gott, dass sie dazugehören und dass Gott dich mit allem liebt, was zu dir gehört. Gott tut das. Gott schaut dich an, wie du bist. Mit all deinen Glanzleistungen und Stärken und mit all deinen Schatten, mit deinen verdrängten Sünden, mit deiner Scham, mit deiner Angst. Und das ist der Karfreitag, an dem sich der Himmel verdunkelte. Gott nimmt uns vollkommen an. Er nimmt uns auch dann an, wenn wir ihn anspucken, auspeitschen, ihm die Nägel durch die Hände treiben und ihn verspotten. Als Gott in Jesus Mensch wurde, hat er nicht die Sonnenseite des Lebens gewählt, sondern ist mitten hineingekommen in die Schattenseite. Vielleicht fragen sich manche, warum in den Evangelien auch immer wieder Geschichten darüber stehen, wie Jesus böse Geister austrieb. Wahrscheinlich genau deshalb, weil er es wagte, dieses Schattenreich zu betreten und die Menschen mit ihren verborgenen Seiten anzunehmen. Wir trauen uns das oft nicht, weil wir Angst haben vor diesen Monstern, die im Schatten lauern. Aber wer es wagt, diesen Bereich zu betreten, findet den verborgenen Schatz. Und das Evangelium ist, du bist angenommen. Du bist angenommen mit allem, mit deinem Schatten. Du bist vollkommen akzeptiert. Und wenn du das annehmen und glauben kannst, dann ist der Weg frei, dass du dich auch selbst annehmen kannst. Der Drache kann dich nicht mehr fressen, sondern er bewacht nur einen großen Schatz. Der Ort, an dem Gott dich heilen kann und ganz machen will. Du brauchst deine Dunkelheit nicht mehr vor dir selbst zu verbergen. Gott ist mitten hineingegangen in diese Dunkelheit. Er hat den Weg gebahnt. Und er nimmt dich dort an. Gott wartet nicht, bis du einen Aufnahmeantrag ausfüllst und all die richtigen Lehren glaubst, bis er dich annimmt. Nein, das hat er längst getan. Gott wartet nicht, bis du endlich dich anständig benimmst und ein besserer Mensch wird. Ja, dieses Problem wird er zu gegebener Zeit auch mit dir gemeinsam anpacken. Aber es ist keine Aufnahmebedingung. Mit allem, was Jesus getan hat, zeigt er, du gehörst dazu. Gott will, dass dein Leben gelingt. Gott will selbstverständlich, dass du ein besserer Mensch wirst, ist ja klar. Und es ist sein größter Wunsch, dass du ihm vollkommen vertraust. Aber das ist keine Aufnahmebedingung. Du gehörst schon längst dazu. Wie wäre das wohl, wenn wir diesen Glauben gemeinsam leben bei uns in der Gemeinde? Denn wir lernen uns anzunehmen mit allem, was wir sind. Mit allem, was zu uns gehört. Nicht nur das Helle und Schöne, sondern auch das Dunkle. Ohne, dass wir es zudecken und so tun, als wäre es nicht da. Was wäre denn, wenn wir unangenehme Gefühle nicht verschweigen? Wenn jemand dich fragt, wie geht es dir? Und wie wäre es dann, eine ehrliche Antwort zu bekommen? Und nicht nur ein oberflächliches, ach, geht schon. Was wäre, wenn wir lernen, unseren Unmut, unsere Frustration und alle unsere Ecken und Kanten zu zeigen, sie nicht zu verstecken? Was wäre, wenn wir uns aufmachen in dieses Schattenreich und uns unseren Drachen stellen? Das ist es, was Jesus getan hat. Er kennt den Weg durch das Schattenland. Für ihn gehört all das dazu. Wir müssen es nicht verbergen. Ich darf dazu gehören. Und das heißt es, wenn wir als Christen den dreieinigen Gott verkörpern durch die Art und Weise, wie wir Gemeinde leben. Das heißt, jeder gehört dazu. Alles gehört dazu. Denn der Vater hat all das geschaffen. Der Sohn hat all das erlöst. Und der Heilige Geist erschließt keinen aus, sondern er will uns ganz erfüllen. Gnade und Friede sei mit uns. Amen. Amen.